In dutzenden Dörfern in der Region Charkiv im Nordosten der Ukraine laufen Evakuierungen. Die Verwaltung von Kupiansk hat dazu geraten, wegen der schwierigen Sicherheitslage. Vor rund einem Jahr wurden die russischen Truppen aus Kupiansk vertrieben. Jetzt rücken sie wieder vor. An der ukrainischen Front gibt es Berichte über zunehmende Angriffe in Grenzgebieten. Selbst Präsident Zelenskyy gibt offen zu, dass die Fortschritte langsam sind. Gleichzeitig gehen die Drohnenangriffe auf Russland oder von Russland besetzte Gebiete weiter. Moskau meldet, bereits 13 Drohnen abgeschossen zu haben.